Yo Leute, was geht und willkommen zu einer ganz kleinen Folge Let's Play Clash Royale wo ich einfach mal die Tournament-Druhen, die ich in den letzten Wochen und Monaten geöffnet habe, zusammengeschnitten habe. Ja, hier also als kleines Dienstag-Video für Tournament-Druhen und wir beginnen mit der ersten. Wir bekommen jetzt mal 5 Teslas, 2 Raketen und direkt eine epische, geil, das ist doch ein guter Start, die Skled-Armee. Und wir kommen zur nächsten Tournament-Truhe aus dem Mr. Warhammer-Turnier, wo ich ja dabei war. Die Gem war jetzt einfach mal ganz gechillt vor Anjuwele, bekommen ein bisschen Gold, Königsriese, 5 von den Knallzauber und 2 mal den Grabstein. Nächstes Turnier, da bin ich Vierter geworden, aber es waren leider immer nur so kleine Turniere übrigens mit den Truhen, also ist nicht so geil, aber trotzdem haben wir ja schon eine epische bekommen. Was ist hier jetzt noch drin? Zweimal der Hockweider, okay. Letzte Truhe aus dem kleinen Dienstags-Video, aus dem High-QB-Turnier vielleicht noch eine epische, wäre auf jeden Fall geil. Nein, leider nicht Leute, das war es noch mit dem kleinen Mini-Video. Eigentlich kommt Dienstag gar keins, aber ich denke besser als keins. Für öfter sowas, Daumen nach oben, Servus und Ciao. Bis zum nächsten Mal.